Oh, es geht schon wieder los. Ich brauche mal eine andere Anmoderation, irgendwas Neues. Na, sag einfach Na, ihr Schlawiner. Okay. Na, ihr Schlawiner, willkommen zurück zu den Team Survival Games. Mit Maudado und diesen. Genau, so sieht's aus. Team Rose. Ja, und heute werden wir wieder versuchen, alle anderen Teams auszulöschen mit all unseren Kräften. Ich seh die Kisten hier gar nicht. Ach, ich muss sagen. Ne, ne, die spawnen auch so halbwegs random. Ich muss sagen, komm, wir klettern hier rechts hoch. Auf das Ding drauf. Alles klar. Die werden mir schon mal nicht verfolgt. Und hier unten ist eine Kiste. Ja, ich nehm mal eine. Ich muss sagen, durch die Ender Games kann ich richtig schnell Kisten looten. Ich brenne. Ich spreche richtig gelernt. Ja, ich auch. Verdammt. Ich auch. Wie bist denn da oben hingekommen jetzt? Äh, ich weiß es nicht mehr. Ich komm da niemals hin. Ich hab furchtbar wagen. Warte, Eason, ich komm zu dir. Ich hab ein Schwert. Ich brenne zwar. Okay, ich hab ne Axt. Ich hab ne Axt. Ich hab ne Stone-Axt für dich. Okay, dann können wir ja eigentlich tauschen. Dann haben wir beide eine Steinwaffe. Warte. Ja, ich hab's hochgeworfen. Aber du hast es okay, sehr gut. Ne, ich hab's nicht. Doch, du hast es eingesogen, oder? Ich tipps noch rum. Echt jetzt? Ja, guck doch mal hoch. Oh nein, müssen wir jetzt wieder nach oben gehen? Habs, habs, habs. Okay, gut, hast du. Oh, meine gute Idee. Dann hab ich noch Schuhe und Brustpanzer für dich. Oh, geil. Dann haben wir ja quasi alles, was wir brauchen. Also ich. Ja, richtig. Und jetzt können wir direkt, warte, noch weiter hier hochgegehen. Ganz links laufen, sonst brennst du an. Okay, so wie grad eben, das will man nicht. Die Kiste hier hab ich schon gelootet, aber wenn wir noch weiter hochgehen. Ah, so. Das sind nämlich noch mehr Kisten. Das hab ich nämlich gemerkt auf der Map vor kurzem. Gut. Das ist ein richtiger Hackes. Hier hackt man. Richtiger Kisten-Hack. Je höher man kommt, desto mehr Kisten gibt es. Ja, und hier dazwischen zum Beispiel. Unverhältnismäßig viele Kisten. Okay, und hier ganz oben gibt's hier auch welche. Ja, ganz oben gibt's auch welche. Hier ist einer. Eason, überlebst du es? Ja, ich überlebe. Der hat nichts. Der hat eine Angel bloß. Ach. Er ist tot. Er ist tot. Sehr gut gemacht, Eason. Sehr gut. Und ich habe Schuhe und eine Brust. Also alles, was das Herz begehrt. Wo bist du? Da untergegangen. Ich komm kurz hoch. Okay, du kommst hoch. Ich droppst dann hier mal neben mich hin. Ja, ich wollte gerade sagen, bevor du es wieder runterdropst und ich hochgehe. Ja, ja. Sag jetzt mal lieber. Hat nicht so gut funktioniert. So, naja. Eine Hose hast du schon an. Okay, gut. Einen Kopf habe ich leider nicht mehr. Ja, richtig. Aber eine Axt noch. Eine Axt habe ich noch. Und noch eine Axt. Liegt hinter dir alles. Liegt alles hinter dir. Jetzt bin ich reich an Axten. Du bist der Axtmann. Ja. Axtman. Axtman. Oh Gott, hier kann ich nicht. Hier kann ich nicht. Doch, ich kann. Okay. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor Lahrer. Hier oben waren echt richtig viele Kisten. Ja. Das war echt ein Wunder, dass der kein Schwert hatte. Komisch, oder? Der hatte bloß... Oh, hier oben ist auch ein Verzauberungstisch. Tatsächlich? Okay. Warte, Eason, gib mir mal dein Steinschwert. Hier, ich traf's dir. Ist direkt beim Verzaubertisch. Jetzt. Komm zurück. Okay. Wir sind echt gut koordiniert, muss ich sagen. Ja, also erstmal ein bisschen im Kreis laufen. Da. Schabnis. Oh, geil. Schabnis-Sword. Und eine Angel. Da unten ist ein Spieler. Wollen wir uns langsam runterbegeben? Am besten ohne Fallschaden zu bekommen. Okay, ohne Fallschaden. Läuft bisher super. Ich krieg das hin. Du auch, wie es aussieht? Supidupi. Oh. Oh, die sind zwei. Aber mit deinem Schwert sollten die eigentlich keine Chance haben. Nö, eigentlich nicht. Okay, ich bin fast tot. Aber ich komm nicht hin. Der ist daun, der ist daun, der eine ist daun. Der andere auch. Supidupi. Sehr schön. Warum sag ich immer Supidupi heute? Das ist voll. Ja, ist ja auch supi. Aber Supidupi gleich? Ja, doch. Kann man schon sagen. Ich weiß nicht. Der eine ist richtig weggeflogen gerade. Ja. Hast du deinen Stammangriff gemacht? Ich hab nen Bogen für dich. Obwohl, ich nehm den Bogen. Du hast erst bessere Schwert. Kann ich auch nen Bogen. Also, du kannst ihn nehmen. Aber ich hab keine Pfeile. Doch, ein Pfeil. Hier, nimm die drei. Du kannst sie nehmen. Okay, okay. Dann hast du nur ein Schwert und ich jetzt andere. Genau. Warte, was brauchst du denn? Ich hab nen Goldbrustpanzer für mich. Hose oder Kopf wäre noch gut. Warte, dann kriegst du die Hosen. Ja, ja, gute Hosen. So. Ich bin jetzt auch wieder fast voll. Also, drei Herzen fehlen noch. Drei Herzen. Okay. Gut, okay. Warten wir auf die Leute. Okay, wollen wir uns ein bisschen über umschauen? Okay, schauen wir uns um. Von mir aus. Hier kommt auch, glaube ich, gleich ein Supply Drop, oder? Wenn das so leuchtet. Ich weiß es gar nicht. Ich hab noch nie einen einbekommen, also. Ja, 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 der kommt hier, oder? Okay. Da warten wir kurz hier. Ja, da können wir ja eigentlich warten. Gut. Äh. So. Ich blocke. Ich blocke alles, was kommt. Blocket anders weg. Blocket, blocket. Nur blocken. Blocket, blocket. Okay, gut. Der Mond dreht hier richtig am Radwimmer. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, die Nacht geht. Oh, hinter dir. Oh. Der hat keinen Lockback. Habe ich das richtig gesehen? Gut, dass du es gemacht hast. Oh Mann, ich hatte kurz ein bisschen Panik, ey. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Du hast ein, nee. Du hast kein Diamant, oder? Hast du ein Diamant? Ich hab keinen Diamanten, nee, leider nicht. Bist du ein? Okay, wir gehen mal auf eine sichere Fläche hier hinten. Wir können nämlich jetzt ein bisschen was machen. Okay, gut, ich komme. Ähm, du hast ja schon ein Charm, das Steinschwert, oder? Ja. Hosen, oder? Du brauchst einen besseren Helm, oder? Einen besseren Helm, das? Ja. Uh, nice. Nur ein bisschen besser. Naja, ein bisschen, ich weiß ja nicht. Deine Angel? Ah, nee, hast du ja schon. Eine Angel habe ich schon, die kann ich da liegen lassen, die bei euch nicht. Ansonsten hatte der nicht groß was. Nee, nur Äxte. Na gut, Äxte, die sind ja für dich gut. Ich hab noch ein Pfeil für dich, guck mal hier. Zack, noch ein Pfeil. Und noch eine Axt. Ja, hast du mal Schuss gesehen mit meinem Pfeil, mit dem finnischer Schuss? Ich hab's gesehen, ich dachte erst, du hast eine Axt geworfen, aber wenn es ein Pfeil war, supi. Supi dupi, mein Lieber. Nee, ich hab sogar beides, ich hab sogar beides getroffen. Ich hab den gecombot. Ausgezeichnet. Wir haben jetzt noch zwei Teams vor uns, die kannst du auch wegcomboen mit deinen Pfeilen. Okay. Die Frage ist... Du hast gar nicht mehr was wir machen müssen, das irgendwie... Ja, irgendwie, wir bleiben hier die ganze Zeit in der Mitte und warten einfach. Ja, du bist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Vielleicht kommt ja noch jemand her. In letzter Zeit hab ich auch immer wieder gesehen, dass sich die Teams einfach zusammenschließen gegen mich. Weißt du? Was? Ja, das haben sie echt gemacht. Das ist schon zweimal. Ich hab jetzt schon zwei Folgen rausgebracht, wo am Ende, äh, einer von Team X und einer von Team Y zusammen waren und mich getötet haben. Okay, ich hab einen Kompass. Im Prinzip könnten wir Leute jagen. Okay, dann los. Jagen wir Leute. Jagen wir die. Jagen wir sie bis ans Ende der Welt und noch viel weiter und dann bringen wir sie um. Oh, da ist es nicht ließen. Das ist echt gemein einfach. Muss irgendwo hier sein. Ich folge dir einfach und gucke, ob niemand hinter uns läuft. Nein, da läuft niemand. Ey, der muss eigentlich genau. Ne, ist er grad in die Mitte gelaufen? Möglich, möglich. Wer weiß. Gehen wir mal gucken. Ich bin schon ganz aufgeregt. Okay, okay. Ist da jemand? Ne. Ach, der ist hier oben drauf. Der muss hier oben drauf sein. Okay, ich hab jetzt kaum noch mehr was zu essen. Oh Mist. Äh, ich hab was. Ich hab was, Eason. Hinter dir, hinter dir! Alter. Okay, gut. Ich bin tot. Du bist tot? Ja, ich hab beide, ich hab beide. Oh, du hast beide. Okay. Ich hab beide, okay. Okay, oh Gott. Äh, hast du... Oh Gott, Eason. Oh Gott, es tut mir leid, dass du gestorben bist gerade. Ist nicht schlimm, aber du musst halt jetzt gegen ein Team. Superschlimm ist das. Man, ich hab jetzt hier zu viele Diamanten. Ich will sowas gar nicht. Was hat denn die für Schwerter? Hast du zwei Dias? Ich hab einen Powerbogen, Junge. Eason, hast du zwei Dias? Ne, ich hab... Ich hab einen Dias. So, liegt hier noch irgendwas von Belangen? Irgendwas? Warte mal. Ne, nichts. Okay, ich hab Potatoes. Dann verbrennt's. Wie denn? Einen Kompass. Einen Kompass kannst du noch nehmen. Warte, 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 warte. Ich hab zu viel im Inventar. Weißt du, was ich mache? Hier ist eine Eisenhose. Bei der Leiche, bei der Orangenleiche ist eine Eisenhose in seinem Kopf. Ja, ich sehe sie. Okay, 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 okay. Äh. Oh, da war... Da ist die Mannschaft. Warte, ich muss den holen, ich muss den holen. Der guckt gerade nicht. Oh, wenn du den tot bekommen würdest, das wäre perfekt. Komm schon, ich treff dich doch. Ja, perfekt. Du hast gewonnen. Okay, ich hab das Spiel gewonnen. Wie ihr Essen. Wo auch immer der andere hin ist. Aber du hast geschafft. Das war... Das war souverän. Ich hab auch volles Leben und alles und freu mich. Gut, ja. War gut, Ese. Ich weiß gar nicht, wie lange spielen wir denn jetzt hier schon? War das hier... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir können auch noch eine Runde spielen, wenn du willst. Noch eine kurze Runde hinterher, also... Schnallt euch an. Team Rose wird wieder rasieren. In, äh... In der nächsten Runde. Also quasi... Die Runde der Arzt nicht. Bist. Aber es weiß ja...